Schlagartig macht der Frühling schon fast so ein bisschen auf Sommer. Wie schön. Herzlich willkommen heute an diesem sehr warmen Tag zu Brisant. Hallo zur Sendung. Und über das irre Wetter werden wir auch noch reden. Das machen wir dann später in der Sendung. Der Fall Passau schockiert heute. Was ist eigentlich los, wenn sich Jugendliche verabreden, um sich mutmaßlich gegenseitig auf die Nase zu hauen? Streit austragen, so sollen sie das genannt haben bei ihrer Verabredung im Netz. Und dann geht es so schief, dass jetzt ein 15-jähriger tot ist. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Furchtbaren Folgen. Und es ist wohl nur der Umsichtigkeit einer Pilotin zu verdanken, dass dieser Horrorflug nicht dann noch schlimmer ausgegangen ist. Auf jemanden einschlägt und das Opfer trägt in diesem Fall eine Kippa. Antisemitismus. Ausgetragen, mitten bei uns, einfach so auf der Straße. Das empört. Auch weil es in der jüngsten Vergangenheit ganz ähnliche Vorfälle schon gab. Die Berichte über Gewalt gegen Juden in aller Öffentlichkeit, die nehmen wieder zu. Und in diesem Fall bescheinigen das auch noch die Bilder. Weiß, was mit dem Biomüll zu Hause los ist, wenn man den liegen lässt und es wird warm, kann man sich in groß vorstellen. Und dann weiß man auch, was das für ein mieser Job war, das hier heute alles wieder sauber zu machen. Auf jeden Fall eine Geschichte, an die man sich erinnern wird. Nochmal Berlin jetzt, nochmal Nachrichten. Da hat ein Gericht heute in einem besonders krassen Fall von Rentenbetrug entschieden. Dazu jetzt mehr. Jetzt erzählt ein Sohn bei uns, der seine Mutter verloren hat und ein Ehemann, der um seine Frau trauert. Beide sprechen zum ersten Mal so offen im Fernsehen darüber. Sie ist Journalistin gewesen, auf Malta. Und was sie geschrieben hat, das hat nicht allen gefallen. Plötzlich bekam sie Drohungen. Dann wurde es schärfer. Ihr Hund wurde ermordet. Dann sogar das Haus angezündet. Sie schrieb dennoch weiter. Bis zu diesem Tag. Als Signal. Großes Thema jetzt bei uns immer wieder. Thema Einbruch. Kommt überall vor, ist auch ihm passiert. Schauspieler Rolf Becker, die Zuschauer, die Dienstagabend in aller Freundschaft gucken, die kennen ihn natürlich. Und der Schauspieler, der hat es nun in der eigenen Familie erleben müssen, wie das ist, Opfer eines Einbruchs zu werden. Seine Frau wollte kurz weg. Und in der Zeit waren die Einbrecher schon im Haus. Und das berichten viele, die das mal erleben mussten. Einbrecher in Deutschland. Großes Thema. Mehr über Sicherheit zu Hause. Einbruchschutz auch gerne auf unserer Internetseite brisant.de. Da haben wir einiges für Sie zusammengetragen. Was macht die Prominenz heute? Wir haben Vanessa May in der Sendung, die uns erzählt, dass sie so ein bisschen aufgeregt ist. Verrät sie gleich, warum. Und dann gibt es noch ein süßes Gerücht um Cameron Diaz jetzt. Die Frage ist nämlich, ist das nun hier ein Babybäuchlein oder eben nur ein kleiner Bauch, ein Apfel zu viel hier bei Schauspielerin Cameron Diaz? Bei ihm wäre das vielleicht eindeutiger. Aber es ist eben so, sie wünscht sich schon lange ein Baby. Das heizt immer wieder die Gerüchte an. Sie hat das in Interviews auch immer wieder erzählt. Und nun gibt es diese süße Rundung, die einige vermuten lassen, es hätte jetzt geklappt. Wäre ja toll. Ja, apropos Gerüchte. Was ist denn gerade bei Vanessa May los? Frühlingsputz oder alles neu macht der May? Haben sich die Fans vielleicht wirklich gefragt, nachdem sie ihre Social-Media-Kanäle nämlich einfach leergeräumt hat. Da war plötzlich nichts mehr da. Aber bei uns taucht sie jetzt wieder auf und erzählt, was da gerade bei ihr los ist. Warum sie einiges ausgemistet hat, unter anderem ihren Produzenten übrigens, Dieter Bohlen. Und wie es jetzt ohne ihn so weitergeht. Ich würde zwei haben wir noch. Die sind schon ein bisschen länger dabei. Da war Vanessa May wahrscheinlich noch nicht mal Krabbelgruppe-Stadium. Da gab es aber schon Sting und Shaggy, Mr. Bombastic. Und die beiden machen jetzt erstmals gemeinsam Musik. Wir hören mal rein. Ganz pur. Es ist ganz zwei Stimmen, eine Gitarre. Ja. Und wenn sich zwei so große zusammentun, dann gibt es auch sonst eine Menge zu erzählen aus zwei spannenden Leben. Ja, und Dankeschön für die Vorlage mit den Royals. Edgebad Schneller könnte Monaco nämlich heute nach London rufen. Bei Herzogin Kate, da dauert es weiterhin mit Baby Nummer drei. Da war man aber offenbar im monegassischen Fürstenhaus schneller. Er oder sie, wissen wir noch nicht. Aber Beatrice und Pierre Casiraghi sollen zum zweiten Mal Eltern geworden sein. Das meldet eine italienische Zeitung. Glückwunsch. Na, warten wir nur noch auf den oder die kleine Nachzüglerin in England. Bei uns erfahren Sie es natürlich. Jetzt gibt es ein großes Danke an die lieben Kollegen, die mir das hier hingestellt haben. Vorhin bin ich damit schon mal zusammengebrochen. Sie werden Ihren Spaß haben, wenn es nochmal passiert. Ne, wir haben uns gedacht... Passt. Wir haben uns gedacht, wo Leute, endlich dieses Superwetter ist. Wirklich ja für alle in Deutschland. Da fragen wir Sie doch nochmal schnell, was Sie denn heute mit dem wundervollen Feierabendwetter so anstellen. Vielleicht haben Sie auch so einen schönen Stuhl draußen. Hübsche Ideen sind auf jeden Fall dabei. Vielleicht können Sie sich da ja noch was angucken. Ja, das klingt doch wirklich super. Da muss nur noch das Wetter in die Verlängerung gehen. Dann bleib ich hier einfach gleich sitzen. Mal gucken, ob es heute Abend noch jemand auffällt. Wir freuen uns auf morgen. Schönen Abend. Tschüss. Super Idee mit dem Stuhl. Danke, das lassen wir jetzt.